. Geht's los, oder wie? Eißelmann... Was? Kraft vom Skorpion. Zugeschnappt... Zugeschnappt... Das hat auch keine Lust mehr. Aber aufpassen. Zugeschnackt. Damit jeder sieht, dass es der echte ist. Auf jeden Fall, er bewegt sie. Nicht viel, aber er macht es auf jeden Fall. Und? Schnapp. Jetzt hat er Zugkraft. Er versucht sie weiter festzuhalten. Ich versuche ihn loszumachen. Negativ kriege ich ihn. Scheiße. Ich muss ihn leider jetzt zurücksetzen. Ansonsten packt er mich dann oben bei. Man sieht ihn noch, oder? Ja. Hast du ein bisschen Spaß haben, oder hast du den Fenster schlafen? Nein. Und Spitzname Skopi. So, das ist mein Terry. Auf jeden Fall bewegt sich zwar nicht viel, aber sie ist nicht zu unterschätzen. weil sie dann auch zuweisen. Bewegung ist nicht gerade einfach, weil sie auf jeden Fall seit einer geraumer Zeit schlechte Laune hat. Das ist eine Frau. Man kann sie auch auf den Boden setzen. Und dann läuft sie auch. Ab und zu. Muss ich ein bisschen fordern, damit sie überhaupt auf die Gedanken kommt, da mal zu laufen. Man sieht, sie ist auf jeden Fall echt. Weil sie ist auf jeden Fall meine Beste hier. Sie hat zwar ein paar Zuckungen, aber sie macht das, was ich auf jeden Fall will. Sie ist auf jeden Fall mein Schatz. Man sieht, sie hat nie wirklich Lust, irgendwas zu machen. Gute Nacht, geht los. So, das ist meine Klein-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin. Die Beste, die ich jetzt so habe. Die wird aber bis zu 15 cm groß. Vom Körperbau her. Die Bändchen waren ein bisschen länger. Und sie ist sehr, sehr, sehr angriffslustig. Also bei ihr muss man auf jeden Fall aufpassen, was man macht. Weil sie hat mich mittlerweile bestimmt schon Anni 20 mal gewissen. Und man sieht, sie ist sehr agil. Hey, ganz ruhig. Und sie kann es auf jeden Fall leiden, dass man sie auf die Hand nimmt. So, wie eben vorne hinein gezeigt, die Vogelspinne und die Skorpion müssen ja auch was essen. Und wir haben ja mal ein Exemplar des Futters besorgt, was leider noch keinen Namen hat. Weil diese netten kleinen Mäuschen maximal zwei Tage, wie soll ich denn sagen, das Futter sind. Ist doch niedlich, oder? Mal zu wissen, was zu sagen? Die soll die zwei Tage auf jeden Fall gemütlich leben. Genau. Mach das Beste draus. Genau. Und nochmal PS. Und tschüss.